ARD Text im Auftrag von Funk Ahja, machen wir zwei, oder? Das ist schon... Ja, es ist schon grenzwertig Aber das Geile ist, man kriegt ja auch mehr Geld dazu, nicht? Das ist halt das Bessere Ja, genau, aber hat es die Belohnung geändert, wenn du die Schwierigkeiten änderst? Ja, sicher, ich zeig dir aber so Bei Leicht kriegen wir noch 150 Schau dir was an Und bei Stufe 2 kriegen wir 250 Das zahlt sich schon aus Das zahlt sich aus, aber wir schaffen Uff Na gut, dann... Gehen wir es an, oder? Ach so, schau, da steht was Schau, der Gringold, also der Professor Ahja Kann ich die Waffe vielleicht aktivieren? Also da geht es um eine geheime Waffe, glaube ich Damit sie quasi die Dinge zurückhalten können Die Zombies, nicht? Ja, ja, voll Okay Gut Na cool, gehen wir es an Ich bin wieder voll aufgeregt Ja, voll Ja, ein, zwei Spiele werden wir sie geben, oder? Ja, ein, zwei Spiele Aber wie gesagt, ich glaube, dass wir das gar nicht schaffen jetzt Ja, wir sind jetzt gut ausgerüstet Letztens haben wir sie etwas gekauft Glaube ich, oder? Die MP habe ich verbessert Und du die Schrottflinte, oder? Einmal habe ich es verbessert, ja Und jetzt brauche ich die Erfahrungspunkte, damit ich das dritte verbessern kann Es sei denn, du hast recht, dass man sagt, Erfahrungspunkte und dann noch zahlen Aber das glaube ich gar nicht, ich glaube es ist entweder oder Ich bin mir nicht so sicher, aber ich glaube, dass man wirklich beides braucht Aber lassen wir uns überraschen Aber lassen wir uns überraschen Ja, lassen wir uns überraschen Ich hoffe, dass du recht hast, sagen wir es so Ich hoffe auch, weil dann ist es ein bisschen, weil du brauchst nicht immer alles, sondern entweder oder nicht Flugscherder Ja, ja, genau, genau Weil es wird dann schon ziemlich teuer, glaube ich Genau, erreiche die Kommandozentrale und reaktiviere das System Sip tight back here, Duck Aber ich kenne die Laufung des Kompads Ich kann es nicht riskieren, auch mit deinen Pistols-Skills Ich werde dir wissen, wenn es sicher ist Laufung des Kompads Jawohl Wir suchen uns als Korpsen und Uniforms und Zeke Das ist, ähm, wahrscheinlich Der Alte da gefällt mir, der ist irgendwie sympathisch Der ist super, und vorher noch ein alter Mann Wörterst du gleich im Panzer? Ja genau, das haben wir ja reaktiviert und entschieden Dass wir zu Beginn ein Panzer haben. Du hast hinten einen Kürbischhänger. Du hast hinten einen Kürbischhänger. Du hast hinten einen Kürbischhänger. Wieso das? Das ist ein Halloween-Special. Das ist schon gigantisch, gell? Na ja. Gib dir mal meine Waffe. Der hat jetzt einen Schaldämpfer unter ein Visier. Wieso hast du das schon? Das ist ja verrächert. Das habe ich abgequemt. Aber wie kann ich das Visier verwenden? Ja, aber normalerweise ist es so. Also, ich habe auch ein Visier. Ah ja, du hast es ja außerdem. Aber ändert sich da was? Nein, nein. Aber vielleicht kann man einfach genauer, äh... Vielleicht ist der Zoom näher, gell? Ja, vielleicht kann man da genauer schießen, oder was? Warte, da kann ich durchsuchen, die Leiche. Lebt der ja nicht? Da war aber nichts. Oh, da liegt es auf der Erde, du. Ein Klemauer. Ist da auf der Erde? Siehst du das? Aufpassen, es ist ein Klemauer. Ah ja, du. Warte, aber fangen wir wieder geschickt an, ja? Genau. Ich triff nicht. Ich glaube, sie trifft ihn mal, oder? Jetzt muss er ihn drücken. Aber der ist nicht tot. Sie trifft ihn besser, gell, mit den Pistolen. Ja, klar, ne? Ja, gut. Oh, hoppla. Alter, da musst du wirklich voll aufpassen. Puh, jetzt geht's eh los, glaube ich. Das ist super. Bist du wahnsinnig? Der Käse geht auch voll auf. Ich schau, ich schau, ich schau eine Lurker. Warte, aber die Klemauer können wir nutzen. Genau, zur Kunst, gell? Ja, zur Kunst, ja. Nichts vorher. Da ist eine, da ist ein Mg. Was ist das? Nein, das erzähl ich dir später, aber das wird, glaube ich, voll lustig zum Anschauen dann. Mir ist voll was Peinliches passiert. Was ist passiert? Jetzt bin ich jetzt schon gespannt. Oh nein! Wo bist du, Arne? Schau doch, Flana, das Tor ist ja schnell. Das kannst du auch nehmen. Hoppla. Granatwerfer. Vielleicht eine Maschinenpistole ist ja nicht so schlecht. Ich nehm's einmal. Na, das kann mir egal. Swap ihn raus! Wo müssen wir denn eigentlich hin? Ah, da. Wo der Punkt ist, ja. Also Punkt ist ja keiner, was aber... Ja, aber wie kommen wir denn da hin? Warte, ich fahre mit dem Auto weg. Ich fahre mit dem Auto weg. Ah, vielleicht müssen wir rauf, du weißt? Ja, 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 genau, genau, ja. Oh nein, gut. Auch nichts, auch nichts. Vielleicht komplett eine Runde? Eih, eine Runde, glaubst du? Warte mal, kann man das Tor nicht öffnen? Warte, da ist ein Glamour. Hey, Sprengladung, bereits im Besitz, du hast eine Sprengladung gefunden, oder? Das kann sein. Da könntest du was aufsprengen wieder. Hast du schon was gefunden zum aufsprengen? Achso, ja, hast du ja, nicht? Ja, aber deutlich noch mal was, gell? Kannst du das aufnehmen? Ich hab den Eingang gefunden, gell? Hey! Wo bist denn du jetzt? Achso, du bist ja ganz anders. Warte mal, da kommt ein Fühl. Ein Stinker. Uh, ich bin infiziert. Glaubst du das? Nein. Ich glaub nicht. Nein, ich bin, ich bin tot. Jetzt, jetzt frieze ich dich. Ich komm schon zu dir. Ich lebe noch immer, du. Jetzt lieg ich da. Siehst du, der Erling? Bist du jetzt komplett tot? Ja, ja, ich war ein Zombie. Kann ich jetzt einfach weiterspielen? Ja, was denn? Ich komm dann irgendwann wieder. Nein, das Problem war ja, ich war ja infiziert. Du hast keine Zeit mehr, ja, ja. Ich hab mich nicht hören können, ja. Leider. Ahja, du hast, du hast... Den Stinkerzombie, einer der Ärgsten. Ich sag's mal, wie es ist. Den Stinkerzombie und die eine, die so spuckt beim Reden. Ja, genau. Wenn du die hat, dann bist du sie. Du schau da, geh noch mal raus, meine. Geh noch mal raus. Und da ins Eck. Da müsste es eine Sprengladung liegen. Schau, ob du sie nehmen kannst. Die kommt mir eh schon. Okay, zeig mal so mal. Okay, zeig mal so mal. Schau, schau, da da, schau. Da da. Bereits im Besitz, ich hab schon eine. Also haben wir schon eine. Das heißt, ist irgendwo ein Tor gewesen? Hast du es gesehen? Eine Tür? Warte, da oben ist ein Schreier, oder? Warte, den Ding müssen wir holen. Nein, ich halte mir die Augen offen. Vielleicht findet man so eine Tür. Und du musst die zweite nicht aufheben, keiner? Nein, leider auch nicht. Ganz komisch. Ah, ich benutze die Sprengladung, siehst du? Die brauchen wir für das. Aber, wenn du das aktivierst, dann hol ich gleich die andere, okay? Mhm. Ja, vielleicht ist das so gemeint. Ja, ja. Das kann ich sein. Und scheinbar, ja. Uh, ich bin weg. Der Bunker ist auf der Seite, auf der Seite. Alles klar? Ja, der kommt dann nicht mehr zurück, wenn man mal... Kommt man nicht mehr zurück? Kommt man nicht mehr zurück, wenn man mal springen kann man nicht. Okay, na, pass auf, ich komm schon zu dir. Nicht schon wieder. Das ist unglaublich. Was ist denn schon wieder? Na, du Stinkerzaunbäsch schon wieder. Ja, und da haben wir was vergessen. Dann will ich dich reinschauen, du. Ich komm noch nicht, ich komm später, okay? Ja, passt, weil ich komm eh nicht mehr zurück. Jetzt haben wir ein Problem. Boah, der kommt ausgegangen. Ich geh mal her. Ich kann nicht mehr in den Karten. Ich weiß nicht. Oder triff die nicht. Das kann ansehen. Oh, ein Blankzombie. Und da haben wir einiges über das Regen. Das ist aber scheiße. Da hat man jedes Garage drauf machen können. Weißt du das eh? Oh je. Ich bin mit dem Gringold, bin ich der Hund? Mit Gringold. Ja, pass auf, dass da nichts passiert. Ich schau da noch kurz weiter. Aber dabei haben wir nichts versandt, glaube ich. Warte, hast du noch eine Sprengladung? Ja, eine habe ich noch. Ja, die ist bei mir da. Die Tür. Passt, ich komme da gleich, oder? Auch die Tür habe ich noch zum Öffnen. Okay. Uh, okay. Da liegt ein bisschen was. Und da ist eine zweite Sprengladung. Aber vielleicht habe ich da was in der Nähe. Aber die schauen mich auch mal um, gell? Eine zweite Sprengladung, super. Nein, habe ich nicht. Aber das Tor habe ich gefunden. Das Tor hast du. Okay, dann passt es. Dann komme ich mal mit meiner. Gut, das war es jetzt eh, glaube ich. Ich komme schon. Ich bin noch ein Zombie. Okay. Das war eh nur ein Zombie. Du musst mich hören, ich bin voll weg. Ja, aber ich... Ah, warte. Vielleicht da drin. Was haben wir? Ich überlege, ob ich jetzt einmal eine andere Waffe nehmen soll. Jetzt geht es eben noch um Erfahrungspunkte. Oder geht es um die Erfahrungspunkte von der Waffe? Ah, nein, die Waffen, gell? Ist das? Die Waffenlevels, ja. Ja, ja, nein, da muss ich die Waffe nehmen. Ich behalte mir meinen MP. MP. Obwohl es eine Sportkarabiner oder was um einiges besser wäre, natürlich. So, hast du jetzt eine Sprengladung noch? Ja, ja, ja. Oder soll ich mal so einen Sportkarabiner leveln? Was sagst du? Ich weiß nicht, was besser ist. Ich weiß nicht, ob es das sollte einmal einmal die machen, einmal da ein bisschen was aufleveln, weißt? Oder sollte man einmal nur eine machen, und du willst die eine nach der anderen? Ich weiß auch nicht, ist eine gute Frage. Gut, wo ist... Also da haben wir einmal... Ich glaube, ich mache einmal die Standard. Da haben wir einmal eine. Mach es auf, okay? Mach ich, mach es auf, ja. Und da müssen wir zum Grinkold, der will die Karten haben. Ja, der will was. Unterlegt, verstehe ich. Das Kampfgewehr, das ist halt voll gut. Gut, ich level das Kampfgewehr jetzt auch. Oh, was ist dein Ende? Gut, und was müssen wir machen? Ähm, warte bis... Okay. Warte, er macht es schon. Das ist voll der Checker, der Olde. Dieser Checker, ja. Ja, schau jetzt Hektar, aber wir tun es schon. So, errichte eine Verteidigung, jetzt wird es interessant. Jetzt wird es spannend. Jetzt geht es los. Los. Wo siehst du die Welle? Jetzt hör auf, das ist ja Blödsinn. Alter, jetzt hör auf, das kann man das schaffen. Ich kann nicht schießen, wenn ich lachen muss. Das ist, das ist zu viel. Ist das jeder ernst? Leben kriegt ihr mich nie, Schweine. Das war der Spucker. Das sind die Schlimmsten. Das sind wild, das sind wilde Hunde. Ich bin desinfiziert, siehst du? Jeder, weil er gespuckt hat. Obwohl das geht, du. Oh, Scheiße. Ich schade, dass ich zu dir komme, aber du bist mitten in der Menge, weißt du's eh. Oh, jetzt liege ich auf der Erde. Es lebt nur noch... Wer lebt noch? Lebt da wer? Ich brauche Medi. Es lebt keiner, oder? Wounded. Ich glaub, ich schaff's wieder. Und hast du gelebt, der Farbe wieder, gell? Nein, der ist auf mich drauf. Und wenn das so leichter ist, kannst du wieder mal wecken. Kannst wieder wecken, vor allem. Und ich bin gerannt. Ich bin gar nicht tot gewesen. Ich bin hinter dir gerannt, nur dann, weil es dir ist das nicht mehr ausgegangen. Ja, weißt du, was das Problem ist? Das Heim dauert so lange. Da kann man sicher was aufwerten, oder? Da kann man was aufwerten, glaube ich. Ja, sicher, dass es schneller geht. Also, glaubst du, dass es nur das Sahne kann? Ich weiß es nicht. Ah, warte mal. Was kann man denn... Schauen wir uns nochmal alles an, was man verbessern kann. Ist wurscht, aber Schrottflinden habe ich mal Erfahrungspunkte bekommen. Und nur 25 Cent? Ja, nur 25, ja. Ich habe es auch gedacht. Äh, klasse, ja. Ich kann eh nichts aufwerten. Nein, ich auch nicht. Aber ja, aber gesundheit... Erhöhte Gesundheit um 25 Prozent hätte ich dann später. Aber bei Level 12. Ah, na schon. Und dann habe ich... Ah, ja, da kann ich die Klemau erhöhen um vier. Das wäre aber nicht schlecht. Dass ich vier habe. Mhm, mhm, mhm. Klemau ist immer gut, ja. Ich finde, die Klemau ist nicht schlecht. Die hat man schon oft das Leben gerät. Du, weißt, dass wir... Warte mal. Ich verstehe das nicht ganz. Wir haben ja ganz am Anfang Waffen. Standardwaffen. Mhm. Und ich sehe gerade... Schau, gehen wir jetzt zu den Waffen rein. Zu den Waffenanpassungen. Ja. Ich habe gerade etwas gefunden, was mich interessiert. Da hast du ja Rang 1. Und da habe ich ausgewählt die Pistolen. Die hast du auch. Ah, ja, genau. Und die Schrotflip hast du, gell? Ich habe das klassische Kampfgewehr... Oh, ich habe das klassische Kampfgewehr. Keine Waffen? Du weißt sicher, dass das ausgewählt ist. Das weiß ich eben auch nicht. Nein, eben nicht. Nein, das wusste einfach so. Du siehst ja nur die Waffen. Äh, du kannst nichts auswählen. Du hast nur die Waffen, was du allgemeinst siehst. Die Waffen, und die kannst du dann aufrüsten. Achso, aber warum fange ich immer mit der Micro-MP und mit der Pistolen? Ich möchte zum Beispiel gerne das Aufklärergewehr haben. Das wärt ja auch geil. Vielleicht können wir es aber später auswählen. Ja, ja. Weil das ist auch Rang 1 Waffe. Um das geht es, weißt du? Weißt du was du nutzt? Das war der Hit, ja? Mhm. Aber es geht nicht, wie du sagst, ja. Schott, schott, schott. Was gibt es noch? Nein, sonst kann man nicht wirklich was machen. Komisch. Scheiße, jetzt müssen wir wieder was nochmal machen. Voll, aber jetzt wissen wir schon ungefähr. Oh, bleib bei Stufe 2. Das schaffen wir. Okay. Das machen wir. Das machen wir. Gut, probieren wir es. Wobei wir eh nicht schlecht waren. Was haben wir falsch gemacht? Ja, das Problem war immer, schau, ich habe die Linke gesehen und dann bin ich schon mal reingegrennt und das war ein Fehler. Dann waren es auf einmal um mich und ich bin auch gestorben. Ich weiß es nicht. Am besten die anderen vier gestoßen. Die wollen uns helfen. Aber die sind auch alle tot gewesen, gell? Ja, alle sind auf der Erde. Ich glaube aber, einer ist sogar Zombie geworden, habe ich gesehen. Ich glaube, dass das er war. Ich glaube schon, gell? Ja. Nein, genau. Und weißt du, was bei mir die Schwachstelle wieder war? Ich war infiziert. Genau. Genau. Nein, aber das habe ich letztens auch ständig gesagt, das habe ich lachen müssen. Ja, aber weißt du warum? Weil das steht, dass die desinfizieren eh ist eh klar. Du musst ja desinfizieren. Und ich sage dann oft, ich bin desinfizieren. Ja, ich sage dann auch oft, wir müssen immer lachen. Und das hat mir auch aufgefallen. Gut, jetzt gehen wir so. Aber wir gehen gleich aufs Ganze, du weißt, bis du dort hingeht eh. Aufs Ganze, ganz genau. Most likely. Shit, I heard us. If there had time, they would have rigged mines on the way out. Keep up! Nothing useful here. Time more going down! Genau, so gefällt mir das. Ene! 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 Da ist bei der Schrotflind ein Schuss und die sind hin, weißt du? Das ist halt leihwanns. Also, ich bin auch schon fast am überlegen, aber das Problem ist, dass ich halt nie am Anfang habe, weißt du? Ja, aber das eine Problem ist halt, dass du die Munition hast nicht viel. Das ist halt das Negative. Das ist das Negative, ja. Warte, ich höre mir gleich die Sprengladung, gell. Oh, du hast die Schare. Eben, habt ihr das wohl nicht gemerkt? Und schau, da können wir alles aufmachen, weißt du? Warte, ich komme mal zu dir. Ja, schauen wir sich das an. Warte, ich höre schon wieder was. Oh, ja, sehe ich wie der Olle fällt. Also, wo kann man was aufmachen? Da, da kann man jetzt alles aufmachen, schau. So. Ah, und weißt du warum, weißt du warum wir das nicht aufgemacht haben? Weil der Erste bei uns eine Schlüsselkarte gehabt hat, gell? Mhm. Weil der und die haben jetzt keine, siehst du, jetzt müssen wir weiterschauen. Reload! Mines, schau raus! Was hast du gefunden, die Karten? Ach, das höchste ist die Karten. Anscheinend, ja. Ach so, da ist sie rechts unten, ja. Ja, schauen wir noch kurz da rein. Wo bist du da? Da liegt eine Maschinenpistole. Und sonst eigentlich eher nichts, oder? Erste mich eigentlich gut, oder hackt es leider hin und wieder? Ah, öh, 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 öh. Nein, hört sich gut an, bis jetzt. Super, das gefreut mich. Warte, den nehme ich mal gleich. Zack. Was siehst du, die Kleine nehme ich jetzt da? Voll, und zum Hören braucht er dir auch was unbedingt. Ach so, nein, das will ich nicht. Das wird funktionieren. Gut, das heißt, du sprengst diese Zwecke und ich hol dir einfach mal raus. Nein, ich habe keine Sprengleitung. Ach so, aha. Ich habe nur einen Schlüssel. Okay, was auf, dann sprengst du, und du hast du da hinten, die holen wieder? Warte, wo bist du denn jetzt da? Warte, was ist jetzt los? Die fallen so leihwann runter. Ach doch, ein Stinker, ein Stinker, komm. Aber das ist halt früh, gell? Ja, voll. Oh, der Große. Der Große. Oh, da muss ich jetzt sein. Wieso kommen wir jetzt so früh? Was ist denn da jetzt so los? Ah, die schreien da, Roman. Ah, ja. Der kleine... kleine Bimmelberger. Aber wo ist jetzt da, die... Pass auf, ich kann eh noch mit dir mitgehen. Da oder schon. Ah, ja, genau dahint, wo es. Da liegt es und ich mache das dabei auf. Ich glaube, die kannst du dann nicht nehmen, oder? Ich kann jetzt nichts nehmen. Genau, wir als Gruppe können also immer nur eine Sprengladung haben. Aha, das sehe ich schon. Das habe ich auch nicht gewusst, ja? Ah, komisch, wieso? Voll, ich habe keine Ahnung. Ich stehe auch nicht. Passt, jetzt müssen sie dann gehen. Ja, wirklich, wo? Wir schauen aber so. Jetzt sind wir auch wieder gescheiter. Immer durch die Pro Person auch nicht. Wobei ich mir jetzt nicht sicher war. Vielleicht habe ich es jetzt nicht gesehen. Ich bin woanders gestanden. Das müssen wir beobachten. Müssen wir schauen, ob es wirklich so ist. Okay. Gut, da müssen wir jetzt mal aufrüsten, gell? Genau. Wir nehmen wir gleich, da ist das drin. Ach, da ist immer was anderes. Da ist so eine Maschinenquer, das ist schon mal gut. Da mache ich auf, oder? Das kannst du da aufsprengen. Mein Herz voll schreien, gell? Nein, das ist egal. Ich habe immer das Gefühl, dass die gleich kommen. Ich komme ja schon. Bist du, geht das jetzt so schnell? Das war wichtig. Was ist zu? Komm, lass es zu, gell? Bei mir will ich jetzt vom dritten Mal so ein Blatt hoch, ey. Ah, du hast das andere aufgesprengt jetzt. Aha, was ist es jetzt? Das weiß ich jetzt aber nicht, oder? Nein, 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 jetzt kommt es erst. Ach, das ist wohl noch nicht die Welle? Nein, nein, jetzt muss ich einmal die Dinge geben, die Karten. Bei mir ist so ein Ding einmal oben. Wow, danke. Bitte. Bitte. Ein Wahnsinn, ich kenne nicht halt. So, warte, aber was ich jetzt mache. Ich tue schon ein paar Clemos auf, dass die euch halt herrichten. Ja, ja, genau, das ist gut. Da stelle ich ein Ding hin. Das ist jetzt cool. Statt der Pistolen habe ich jetzt einen Granatenwerfer. Einen kleinen. Das ist ein Hit. Das ist auch geil, ey. So, und jetzt tue ich wieder aufrüsten, die Clemos. Ah ja, und jetzt kann ich noch wieder Clemos aufrüsten. Dass die euch wieder hier hinlegen. So machen wir das. Ah ja, und das ist der Bereich. Und wo ist der Bereich? Der Mörser? Der ist super. Den müsst ihr da aber auch abholen. Wenn sie kommen. Welcher? Der rechte? Ja, okay, passt. Der ist super, ja. Der ist der Beste, weil der ist da... Ja, und ich gehe da auf für zwei Schützen. Schau, und da hinten, wenn es jetzt eng wird, und du musst wegrennen und dich heilen, ja. Dann rennst du dahinter, schau. Weil da richte ich jetzt der Clemos her, schau. Dann bist du geschützt, da wegl. Das ist ein Hit, hörst du. Du hast gut vermiedet, ja. Ich glaube, ich habe wirklich alles vermiedet. Also du hast vermiedet und dann neu aufgerüstet und wieder vermiedet. Ja genau, aber jetzt habe ich nichts mehr. Ah, ist gescheit. Und wann kommen die jetzt da? So, wenn ich ihm die Karten gebe. Ah ja, schau. Bist du bereit? Kann man er eigentlich den Aufdruck geben, dass er zum Geschütz geht? Nein, gell? Nein. Ja, dann kann man nichts befehlen, unseren... Das war jetzt ein Hit, ja. Ja, das geht leider nicht. Warte, da kann ich... Warte, Clemos kann ich wieder aufrüsten. Okay. Verbauen Sie ein Backel, hast du? Ja, du, ich... Ja, okay, okay. Ich meine, ich bin drei Viertel voll. Ja, ich auch eigentlich ziemlich. Ich weiß nicht, ob ich es machen soll. Na, du, ich auch nicht. Du bist eigentlich ziemlich voll. Ich war aber ein bisschen weniger gekommen. Okay, dann passt. So, bist du bereit? Ich gebe es ja. Gut. Der Mörser ist, glaube ich, am Anfang nicht so relevant. Ich gehe auf die... Machst du den? Ich gehe auf das Geschütz. Der ist ja wohl scheiße. Der andere ist besser, gell? Der andere ist besser. Shut it down! Ich habe drei Viertel voll. Ich habe nur 46 geschossen, oder? Uiuiui. Also, ich deine Verteidigung? Gut, das haben wir eh schon. Ja, ein bisschen Zeit haben wir, aber das habe ich mir eigentlich eh schon alles gemacht. Ja. Jetzt kommt es schon. Aber es ist irgendwie so geil, gell? Ja, es ist so leihal gemacht. Ich warte noch, erst wenn wirklich viele sind. Ja, genau. Du musst eh warten. Meiner ist schon leihal. Jetzt nehme ich dich. Ah, das ist so geil. Schau dir das an. Oh, der war gefährlich. Guter Clamer, guter Clamer. Das stinkt ja. Das ist das Problem immer. Ja. Ich werde nicht mehr weg, wenn der Grosse kommt. Ja. Warte. Ich bin desinfiziert. Aber jetzt machst du es eh gut. Aber die Clamer waren gut, was ich da herkriegt habe. Die waren geholt wert. Ich würde euch schätzen, dass er jetzt schon besser ist wie zuerst. Hätte ich auch gesagt. Warte, der Spucker. Der Spucker hält viel aus. Ja, leider. Und der, den, den hasse. Das ist meine Geheimwaffe. Das war gut, das war gut. So, betritt den Bunker. Schade so, jetzt haben wir sich gespült, weißt du? Wir können schon gewusst haben, was auf uns zukommt. Wir können schon zurückgehen, glaube ich. Dann geht die Deal zu. So, los geht's. Also man kann sagen, was man will. Vorbereitung ist es A und O. Achso, da geht's weiter. Achso, bis es geschlossen ist. Ah ja. Alter, wie scheiße ist das? Da sind so ein paar drin. Ein paar, sagst du? Achso, die Hüfte. Unsere Leute sind draußen. Bist du eh nicht infiziert? Du schaust mir nicht zu kurz. Aber da hältst du? Schau mal. Alter, bist du da. Da bist du voll arg. Ich weiß nicht, das war geil. Das hat mir gedacht. Schau mal, wie viel Kills du hast. Wo sieht man das? Jetzt haben wir es ja fast aufgeteilt. Wo sieht man das? Auf Leertaste. Huh. Wenn du das Leertaste drückst, bei dir ist es woanders. Warte mal, warte mal, ich habe einen Kill mehr. Ich höre einen Lurker. Ich höre da irgendwas. Ich schaue mich nur um, was? Ja. Du, hast du... Ah, hinter dir. Was? Hinter dir war... ... einer. Du, da ist was. Du, da ist was. Meine Klemo. Ich habe es nur gehört. Uh, der Revolve ist auch stark. Ja, ja, der Revolve ist immer gut. Der ist ein Hit. Einen Schuss. Uh. Wenn der Große kommt, riecht immer gleich ein Klemo her. Ja, ist jetzt eh gescheit. Weil ich tue gar nicht mehr umeinander. Ja, nein, der braucht das. Weil es ist egal, wenn du den Headshot machst. Gut, er hat einen Helm auf. Oh, Leute, da kommen so viele. Wirklich, warte, ich komme schon. Ist was hinten? Hinten ist der Schreier. Wohin? Schreier ist da hinten. Warte. Ah, da. Ah, da ist er, der Trottel. Halleluja. Der erste Revolver gefällt mir, muss ich ehrlich sagen. Wie schaut es mir die Patronen aus? Äh, ich habe zuerst eine Munition aufgefüllt. Ich kann das eh zeigen. Scheiße. Jetzt, was ist denn da, Alter? Ist das du, was du geil schießt? Ja, das bin ich. Mit der, mit der Sniper. Warte, ich muss ihm schnell helfen. Nein, jetzt bin ich. Hilfe. Danke. Ich weiß nicht, ob ich das wo. Kann das sein. Udo ist ein großer. Ich stirb. Ich bin tot. Ich bin tot. Komplett? Ja. Nein, ich kann dir nur helfen. Ich brauche Menschen. Der nächste ist auf mich. Ich weiß nicht, wie lange ich die Flasche ausfüllen kann. Boah. Boah, war schwieriger, als wir zwei davon nicht machen. Wäre eh nicht. Die schaffen wir noch nicht ganz. Schau, da drüben ist die Munition. Das müssen wir da durch, gell? Ja. Aktiviere den Mentilator. Jawohl, ist saugeil. Da sind wir jetzt geschnetzelt. Die werden, die werden gebraucht. Genau. Ich bin unten, in dem Kommandzentrum. Geh auf den Ball. Sturmschrottflinte. Oh, das schaut auch schon aus. Streich 1, Katzler. Gut, da kann eigentlich jetzt nicht viel passieren. Boah. Hoppala. Schau, der ist, der ist rüberhol. Der rüberholz drauf. Der ruft da spurtlich runter, wahrscheinlich. Aber ich muss schon sagen, bis der Ball hat, ich habe eigentlich schon viel Munition gehabt. Mit der Schrottflinte. Das ist schon geil, gell? Nee, das ist gar nicht leer geworden. Ich habe voll viel geschossen. Nur waren es dann zu viel. Weißt du, für das, für die Menge ist die Schrottflinte. Die Schrottflinte dann auch nichts. Nein, aber es ist schon Wahnsinn. Vor allem, wenn du die Waffen verbesserst, mehr Munition, Kapazität hast du dann auch. Ja, das ist schon geil. Gut, ich glaube, jetzt sind wir schon auch bei der Waffe, die muss auch... Quatsch, hilf mir! Boah. Das ist der, der um die Ecken hüpft, gell? Ja, ja. Der hat auf mich gewohnt. Ja. Das ist so geil. Ich bin der Sprengstoff, Johnny. Du bist der richtige Sprengstoff, Johnny, Meister. Irgendwer ist am sterben. Boah, der Green Newt! Wer müssen wir beschützen? Green Gold, oder wie heißt der? Green Gold. Der ist auf der Erde schon gering. Ah, der Schreier, aha. Ich habe einen Auto-Tarrant. Sie können ihn auf der hohen Fläche kommen. Start es ab! Wir müssen uns nicht reagieren. Ja, ja. Weiter kommt der Große. Aufpassen, gell? Wo ist er? Der ist irgendwo hinter dir gerannt. Da ist er, da ist ein Kummer. Okay, Brace. Ich hab's zu spät gesehen, den Claymore. Greengold, aber macht ja nichts. Schütze Greengold, sollten wir aufhören, ich weiß nicht. Ja, sicher. Gut, dann kommen wir uns eh schon. Öffnen oder zu lassen? Lass es zu, alles zu lassen. Okay, lass es zu. Kommen wir wieder viel, oder was? Ich weiß nicht. Ah, da kommen sie. Ich bin desinfiziert. Nein, ich bin desinfiziert. Es ist okay. Was geht da? Ich weiß nicht, was geht da? Da stinkst du. Gut dezidiert sind. Ich habe das hier gemacht. Ich schieße auf dich. Ich weiß nicht, du bist wieder runter. Ich weiß nicht, du bist wieder runter. Ja, aktiviere die Konsole! Die greift doch voll offen, du! Ich wünschte, ich hätte eine Clima. Was, du aktivierst? Ja, jetzt müssen wir wieder einen beschützen. Aber jetzt schaut es dann schon schlecht, oder? Ja, ja, ich weiß es. Ach so, ich gehe jetzt mal anders hin. Gut, dann machen wir gleich wieder zu. Da kommt einer. Ach so, der ist jetzt da. Warte, die machen wir gleich zu. Und den Screamer, kannst du den töten? Habe ich ja. Das war wieder ein Headshot. Das war super, super. Wieder ein Headshot-Johnnel. Ein Headshot-Johnnel? Alter, ich glaube, du machst zu. Ja, die ist wieder aufgekommen. Ich glaube, unsere Johnnys haben die aufgemacht. Ich weiß nicht, dass unsere Freunde alle tot sind. Oh Gott. Ich bin desinfiziert. Ich bin der Headshot. Das ist immer so geil. Ich bin der Headshot. Ich bin der Headshot. Das ist gar nicht so. Boah. Wieso ist das dein Ernst? Ich habe eine Gerät mit dir. Ich habe einen Kalamar gefangen. Super, wir werden live streamen. Weißt du, wie es mich gerissen hat? Ich habe die Lisa nicht kommen gehört. Jetzt wird es stinken. Ich weiß, wir müssen wieder... Boah. Bist du gescheit? Ich bin kupft. Bist kupft? Ich bin richtig kupft im Sessel. Das hätte ich gern gesehen jetzt. Ja. Das war nicht so witzig gewesen mit einer Cam. Ja, voll. Die Funktion braucht die Fische. Ah ja, genau. Und bei Animal Crossing ist es ja so, dass... Am Museum ist sie auch da, gell? Und da kannst du sowas sammeln. Das gibt es auch wieder, ja, ja. Ja, ja. Richtig. Jetzt wird es aber... Ich hätte schon... Ich hätte so gerne eine Clamo. Hast du keine? Naja, überhaupt... Oh, jetzt hängt es voll. Phoenix! Wir brauchen Evac von der Ruf! Ich habe keine Munition. Ich habe das Gefühl, dass da gleich was passiert. Was du da machst, gell? Nur wo die Schere jetzt kommt. Das ist gut, oder? Das ist was Schönes. Hörst du das, Sascha? Schau dir den auch. Boah. Das war Wahnsinn. Manni müde, Manni muss schlafen. Liegt auf der Erde drauf einmal. Und führt sich auf, mein Zombie. Hehehehehe. 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 Ähm. Was soll ich was machen? Warte, du müssen aufs Tachl drauf. Auf, ey. Das ist jetzt eine gute Frage. Ein bisschen gucken. Warte, was haben wir auch? Warte, nein. Kampf starten. Wir müssen erst einmal aufrüsten, alles. Oh, ich richte eine Verteidigung in 54 Sekunden. Warte, wir müssen suchen, Alter. Gibt's nicht, dass das alles war. Munition auffüllen? Verbandspackeln gibt's auch, gell? Ja, checken die das nicht, dass sie die hören selber? Warte, ich höre ihn. Wir brauchen sie. Wir brauchen jetzt jeden Mann. Und jeder Freude. Den müssen wir hören, du. Daniel. Daniel. Daniel, ja. Der ist komplett leer. Jetzt habe ich eine Rolle gemacht. Wie? Aber automatisch, wie oben gehupft bin. Ach so, okay, okay. Ich höre, ich finde den immer. Wo ist der Danny? Warte, komm zu dir. Der gehört, der ist... Huch, da ist der Mörser. Phoenix, Phoenix, if you hear me, we need Evac, now. I hear you, Alpha. We need Evac. Aber wo ist der andere Mörser? Copy, Alpha, on my way. Da wird's am platziert. Und da ist noch ein Verbandspackel, wenn's du baust, gell? Ich weiß nicht, wo wird der Eliminieren von da kommen, also. Na super. Warte mal, warte mal kurz. Jawohl. Aber die Ärzte. Jawohl, der war wichtig. Für Gott's sake, auf der anderen Flanke! Ah, Hilfe! Ja, der kommt schon. Da hinten liegt der Raketenwerfer, habe ich gesehen. Den haben wir übersenkt. Den will ich. Kommen wir nur mehr? Nein, da nicht. Aber irgendwo habe ich den Raketen vergesenkt, genau. Bist du da weit? Kommst du hierher dann? Ja, das ist doch. Nein, das meinte, das ist zugegangen. Jetzt ist der Joddy. Wer ist nächstes? Aber es schaut dir mal gut aus. Es dürfen jetzt nicht mehr kommen. Ja. Die Kontrollpattel sollten die Fans für unsere Gäste öffnen. Das ist richtig, Bitches! Ich bin der Lerker! Boah, ich bin so hoch konzentriert. Ja, das ist schon Wahnsinn, gell? Weil ich glaube, wir müssen auf die andere Seite. Ja, jetzt ist es auf die andere. Oh, ich habe fast keine Munition mehr. Na, servus! Herrlicher Bim Bam! Ja! Ich werde ja an der Lerker sein. Ah, schau! Ah, Hilfe! Was war da was? Hast du das aktiviert? Ja! Aber bist du jetzt da reingegangen? Das habe ich extra viele Zombies aktiviert. Ich bin da reingeflogen. Ich denke mir noch, was ist das jetzt? Der Bein hat gestorben. Gut. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich bin da aber eh fleißig. Aber woher kommst du wieder? In 50 Sekunden. Schaffst du das? Nie! Du, das ist ja nicht. Du, rette Gringold. Erreichte den Hubschrauber. Entferne Samples aus dem Evakuierungsbereich. Oh Gott! Hey Jakob, gib ihm! Ja! Ich bin schon da! Gott sei Dank! Ich bin nicht mehr da... Wo ist der Hubschrauber? Boah! Warte! Jetzt hab ich wieder gekommen! Boah! Der Hubschrauch schaut nicht so schön aus, gell? Nein, aber das war jetzt geil! Das war geil! Aber die Filmsequenzen schauen nicht überhaupt geschossen aus, aber so alles andere ist voll schön gemacht, finde ich. Also ich muss sagen, das, was normal nicht der Fall ist, dass das Spiel schöner ausschaut, als wie die Filmfestival, gell? Ja, voll, oder? Das wundert mich! Bist du geliebt! Boah, das war was! Na, schau dir was an! Du bist ein... Ah, nein, ich bin ein Schlitzer! Du bist ein Schlitzer? Aber du bist ein Hilfeleister! Du bist viel sozialer als ich! Und ein Kopfjäger bist du! Das ist auch meine Aufgabe eigentlich! Ah ja, und du schaust viel... Du findest viel mehr Gegenstände! Ja, aber nein, aber das ist das, weil du ja die Waffen öfters wechselst, als wie ich. Weil ich spiel wirklich nur mit der Schrottflinken. Genau, jetzt hab ich voll gewechselt, ja. Nein, ich bin quasi der Dr. Bob, ja. Dr. Bob! Dr. Bob! Dr. Bob! Aber das schauen wir uns jetzt an! Du schaust jetzt ein kleines battle tower, ja. Aber was ist jetzt da? Ich spiele den Merlin! Ech �! Duell brauchen du 250 Gold, gell? Ach ja, genau, das wissen wir ja. Du spielst wirklich in Merlin, egal. Ein Gimli! Warte einmal, 250... Jetzt kann ich's freischalten, nicht? Warte, warte einmal. Warte, ich hole jetzt wieder zurück... Die Schrotflinten, die Schrotflinten, die Schrotflinten, halbautomatisch. Wirklich war ich so? Bessere Leistung, Präzision, alles besser, Durchschlagkraft auch besser, Magazin ist wieder erhöht worden. Und beim nächsten Mal muss ich aber 750 Euro zahlen. Aber das sind die Punkte da. So geil jetzt. Das heisst, da spiel ich jetzt auch mit der EMP weiter. Ich spare es auch, ich spare es nicht viel. Obwohl ich was, was ich gerne machen möchte, ich möchte das gerne für die Klasse nehmen, das Geld. Spezialzombies, 25%, das ist ein Hit. Ich glaube schon. Du, erhöht deine Gesundheit um 25%, gibt es auch, gell? Ja, das habe ich aber erst bei Level 12. Ah ja, blödsinn, das geht ja runter. Du. Auf Level 13, du beginnst mit einer S890 Schrotflinte, was ist das? Das hört sich gut an. Also ist das eine andere Schrotflinte, oder was nicht? Ja, müsst ihr mal schauen, was das für eine ist. Warte, ich schau mal. Äh, Schrotflinte. Wie hat es geheißen? S180. Ah, das ist ein M500 da. Was ich da habe. Vorher, da unten gibt es die kompakte Schrotflinte, das ist echt eine S890. Ja, das ist echt, das ist die. Aber ich will nicht mit der, aber ich gehe mal die andere frei. Ja, dann muss ich, dann würde ich eh nicht das nehmen. Das kann ich dann später nehmen. Genau, warte, schau mal was ich habe. Erhöht die maximale Anzahl der Steampistolen? Gut, das mag ich nicht so. Das ist scheiße, wenn man so wenig Punkte kriegen muss. Achso, du, die Steampistole kann ich bei euch auch anwenden, dass ich mir zusätzlich mehr Leben habe. Das kann sein, was das? Und da steht, wenn du die Steampistole bei einem Teammitglied benutzt, werden 50% ihres Effekts auch auf dich angewendet. Mhm. Ja, aber wie aktiviere ich das bei euch? Aber das haben wir schon mal gehabt, oder? Schon. Ich glaube schon. Okay. Aber ich weiß nicht mehr, wie es gegangen ist. Ich überlege jetzt, ob ich das freischütten soll. Kopfgeldjäger. Du bist ja schon viel weiter als ich. Ich bin ja gar nicht so. Aber da kommen noch richtig geile Sachen, weißt du das eh? Wahnsinn. Ja, bis wir so weit sind, was das? Das dauert. Nein, ich... Ich hätte gesagt, wir machen es sowieso, jetzt machen wir vielleicht... Willst du noch ein Level machen? Ja, hätte ich schon gesagt. Aber für eine Sache entscheiden wir jetzt. Ich mache das jetzt, damit ich... Wie oft aktiviere ich die bei euch? Aber sollt ihr das bei euch aktivieren, und dann mal die Steam-Pistole? Das war ein Hit. Ich mache gar nichts. Ich spare es. Ich spare es auch. Du, bei Stufe 13 kriege ich auch irgendeine Waffen. Die TMP5MP, keine Ahnung, was das ist. Na, weißt du, was es dann ist? Du kannst es dann auswählen, weil normalerweise haben wir immer Rang 1 Waffen. Und jetzt, wenn du das dann freischützt, fangst du gleich mit deiner Rang 2 Waffen an. Na, das ist schon geil. Um das geht es nicht. Ja, das ist schon gut. Warte mal, Leistung 4, wie viel hat meine? Meine hat jetzt Leistungs 4. Weißt du, ist aber schon verstärkt. Ja, geil, geil. Dann gehen wir so. Ja, aber jetzt sind wir in Moskau. Jetzt wird es lustig. Aber ich muss sagen, das in Jerusalem hat mir gefallen mit den alten. Das hat mir irgendwie getaugt. Das war cool, ja. War echt cool. Aber bis jetzt fast am besten gefallen. Ja, mir auch, ja. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt haben wir wieder neue Charaktere. Was gibt es denn da für welche aussehen? Ach so. Kann man da nicht welche auswählen? Klassen? Ah, bei Fahrzeugter Charakter, genau. Ja, ich lasse. Das ist einmal was anderes. Ey, da gibt es nur für Moskau eigene. Mhm. Die schauen noch kurz was. Ich nehme sie, die taugt mir. Okay, passt. Aber er taugt mir auch, was ich da habe. Ach so, scheiße. Jetzt habe ich einen anderen genommen. Ja, du hast einen anderen, ja. Ja, oder ich spiele auch mal. Ey, wieso? Wieso willst du es nicht raus jetzt da? Geht's nicht? Ich spiele mit ihm. Jetzt hast du es. Ja, jetzt habe ich es. Gut. Gut. Ich bin gespannt. Was sind die Russen? Was sind die Hubs? Ich weiß nicht, ob man es schaffen. Ich weiß immer am Anfang, ob man es schaffen oder nicht. Aber ich glaube es nicht. Ich werde auch mal wieder eine Welt auf Anhieb schaffen. Ja. Das war ja der Hitze. Rette die Hubschrauber-Crew. Okay. Nein, reißen wir sie wirklich zusammen. Okay. Aber da müssen wir gescheit spielen. Das heißt, du hast ja mal keinen Wirbel machen am Anfang. Genau, genau. Ja. Als vier verzweifelnde Überlebende. Ja, das sind wohl wir. Ja. Aha, stürzeln wir, wie ein Hubschrauber in den Zug vor einem Fluss stürzt. Nein, erst sie beobachten wir einen Hubschrauber in den Zug vor einem Fluss. Achso, wir, wir. Ah, okay. Und wir müssen die Crew befreien jetzt da und retten. Richtig, ja, ja, genau. Das haben wir ja schon mal gespielt, oder? Nein, wenn wir ja, glaube ich, ein schnelles Spiel gemacht haben. Kann es sein, dass du das einmal ausprobiert hast? Das ist der Ende. Weil, das weiß ich, dass wir das schon mal gemacht haben. Ja, das war, da haben wir, glaube ich, ein schnelles Spiel gemacht. Ja, wahrscheinlich, ja. Die Rechte. Warte. Ist das ein Helikopter? Warte. Ah, das ist der Schütz da, oder? Ja, sieh, sieh, der raucht. Ja, voll. Bruder, schaut da. Du, ey. Der Akzent ist cool gemacht, gell. Voll. Wir müssen ihnen helfen. Der Weg ist geblieben. Museum ist der schnellste Weg durch. Oh, ey. Gut, da spielen wir jetzt mit der EMP, halt. Es wird zwar schwierig werden, aber... ...neben wir die Waffen leveln. Das geht schon da hin. Aber mit mir sind die Erfahrungspunkte viel besser, finde ich halt, die Erfahrungspunkte, als das mit dem Geld. Weil Geld kriegst du nicht viel. Ich meine, sicher, da müssen wir dann mit Stufe 3, 4, aber das schaffen wir noch nicht. Okay, dann musst du da weiter. Ja, ja. Aber das ist eh witzig, weil... Wie soll ich sagen... Du brauchst für die starken Waffen Geld, aber du kannst erst die Schwierigkeitsstufe ändern, wenn du starke Waffen hast. Verstehst du? Ja. Du, ich muss ehrlich sagen, beim ersten Video hast du ja den Titel voll clevern gewählt, ehrlich sagen. Ja. Ich habe mir gedacht, dass der voll die Klicks bringt. Hätte ich auch gelobt. Ich habe es eigentlich... Ich habe am Anfang einen anderen Titel gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht ist das dann zugeschmacklos. Vielleicht, weiß ich nicht. Deshalb... Es gibt Leute, die... Es gibt Leute, die sagen, hörst... Das sind schon Leute gestorben und... Ja, das ist eh... Du weißt, und da habe ich ein bisschen was anderes gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht das ist er vielleicht ein bisschen harmloser. Okay, okay. Na, weh, gut. Aber deshalb habe ich es ausgewählt, nicht? Ja, ja, verstehe ich. Irgendwie Klicks, weil ich mir gedacht habe. Ja, naja, ich mir gedacht, dass es wirklich voll geht. Du hast eine Sprengladung gefunden. Das heißt, jetzt müssen wir nur noch eine passende Tür erfinden. Das ist schon geil, gell? Wie ist das gemacht worden? Voll. Das finde ich schon cool. Bist du irgendein Souvenir, oder was? Ja, irgendwas hätte ich schon gern. Irgend so, wie hast du die nochmal? So eine Matruschka? Nein, wie hast du das nochmal? Ah ja, genau, ja. Ich weiß, was du meinst, aber ich weiß jetzt auch nicht. Ich glaube, so irgendwie hast du den. Na, passt. Ja, gerne. Ich lege ein Geld einfach am Tresen. Genau. Ich stehe mal, ich will es ausprobieren. Okay, ich bin jetzt auch in der Form. Siehst du es? Jetzt hast du quasi ein kurzes Shoot Shoot, wenn es abbringt. Aber es wird immer weniger. Ja leider, das fällt leider nicht so lange. Aber wenn du es abfüllst, vielleicht bleibt es eh weg dann oder so. Ja genau, es wird wahrscheinlich länger die Zeit. Da habe ich auch schon was gesehen. Was ist das Scherste? Nein, jetzt habe ich kein Munizier mehr gehabt. Soll ich es klar tun? Aber ich kann ihn ja mit dem Schwert auch, also mit der Machete. Ja genau, ja, ja. Soll ich ran, oder? Haha, da hat er auch ein Tuch. Ich brauche halt Munizier davon. Ah, hast du es gesehen? Ich habe gewusst, dass er ein Springer ist. Was ist das? Ja, ich habe gewusst, dass da einer läuft. Na schon. Du, das sind Kisten. Ah, für den, für den, für den, was der, für den Glamour. Ein Spielzeug dabei. Wo hast du schon was aufgespringen können? Ja. Nein, noch nicht. Da müsste das Klima sein, oder? Mhm. Ja, ja. Weil da für die, 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 die Spritzen, was ich da verabreicht habe. Okay. Das heißt, bei diesem, in einer Tür hätte ich leider noch nicht. Wissen wir schauen. Schhh, quiet. Don't make a sound. Schon geil, gell? Mir gefällt das viel. Voll. Mir denkt das auch, wie sie es gestaltet haben. Was ist dein Schritt? Was ist dein Schritt? Haben wir irgendwas übersehen? Du meinst wegen deinem Sprengstoff da? Ja, irgendwie kommt ein komisch. Dein Swiss gehen wir nochmal zurück. Aber... Ich glaube aber nicht, oder? Ist vorher nichts. Hallo? Ist da wer? Hallo? Nicht. Nicht. Ja, genau. Nastrovie. Ah, Munition. Da ist Muni. Gut, das nehme ich jetzt nicht. Da ist zwar ein schönes Sturmgewehr. Ja, genau. Aber es geht nicht. Oh, der Sprengstoff, Johnny. Der echte. Warte. Ohpala. Warte, ich bin desinfiziert. Hast du das gesehen? Ach so, das waren wir beide. Das war jetzt unsere Kräfte fusioniert. Fusioniert. Ich habe den Alarm aktiviert. Das war ein bisschen Föler, oder? Ach so. Ich habe den Alarm aktiviert. Ja, wegen einem View, ey. Ja, aber ich weiß nicht, dass der Alarm ist. Und hier ist es. Wo kommen wir denn? Wir holen dich jetzt hin? Der hat doch hohe! Das schaut so geil aus. Oh, da drüben rein. Oh! Das schaut wirklich geil aus. Ah, das dauert so lange. Das dauert so lange. Das heilen. Das ist halt nichts. Du hast fast keine Chance. Nein, das heilt voll. Das wird dort irgendetwas geben, was dir schneller verabrechen kannst. Ja genau, irgendwas, was dir das zwei Arten von Heildingsclubs gibt. Ja genau, dass es schneller geht. Spritzen zum Beispiel. Genau. Ja. Die Shootflit ist schon hier. Das ist ein Stinker. Du hast es ausgestockt. Stenke, Stenke. Wow. Ich freu. Oh, da kommt ein großer Boy. Ein großer Boy. Du siehst? Einmal Klemmo und das hin. Und das taugt mir so. Ja, das ist echt klein. Also für solche Situationen musst du es auch machen. Ja genau. Und das probest du. Ja, ja, voll. Haben wir da irgendwas versandt? Was? Warte, ich komme schon zu dir. Munition? Munition ist da, wenn du brauchst. Warte, müssen wir verteidigen. Verteidige bis das Sicherheitssystem freigeschaltet ist. Okay. Der ist auch nicht zufrieden. Der ist auch nicht zufrieden. Der ist auch nicht zufrieden. Du, was ist, wenn du den Klemmo platzierst, wo sie rauf gehen? Was hab ich gerade gemacht. Aber... Die sind bei mir auch schon. Das ist so geil, wenn sie so schnell sind. Der stinker. Der stinker. Der stinkt so geil. Er sagt ständig Rest in Peace. und so. Ja, ich will mit dir jetzt währenddessen das verpastelte Spritzen. Glaubst du, ich hätte es geschafft? Halleluja! Komm nur her, Geschissener! Ah, Scheiße! Nein, hilf mir! Boah! Was meinst du? Weil da ist auch noch viele drin. Wollt ihr jetzt hin? Der war auf einmal weg, der Große. Ich will jetzt sterben, ich stirb! Ich bin ja da! Gut, weil der was schreit. Nein, jetzt geht es auf mich los, ich kann mich nicht mehr heilen. Das ist ein Jammer, das dauert zu lange. Warte, ich komme zu dir. Dauert einfach zu lange, ich kann nichts machen. Ah, Scheiße! Wie kann ich das machen? Ah, er macht es eh schon. Glaubst du, ich jetzt zusammenbrach? Du klick aber die anderen. Sorry. Schau, wie lange das dauert. Warte, Sprengstoff, Johnny! Der kommt mit Wecker! Schaut doch, ich kann dich aufmachen. Das mache ich jetzt auf, du. Okay. Oh, ich hoffe, ich habe erst alle Zombies Wecker machen müssen, bis ich die höre, sonst hätte ich keine Chance gehabt. Schaut! Achtung hinter dir! Warte, ich schieße auf ihm, dass du einen Wecker hast. Hast du das gesehen? Wo bist du jetzt eigentlich? Ich bin ja, ich bin da. Oh, das ist nicht so viel, gell? Da ist leider, das ist eigentlich ein Fail ein bisschen, gell? Da ist ja nichts. Wo du eine falsche Tür ausgewählt hast. Ja, ja. Bitte, Gott! Someone help me! Alles auf viel! Wo müssen wir gehen? Na, da. Ich brauche nur jetzt hier und du. Wo war denn das? Was soll ich tun? Da ist ein Ding eigentlich, gell? Das ist allright. Wo hinterst du dich, oder? Na, na, Konex. Achtung, Miss Manager. Ich bin aufgeliebter. Achtung! 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 Achtung. Bist du, ich versuchiate los. Achtung! 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 Die anderen sind am Ende, der Timo ist tot! Eine Fahne! Achtung! Was ist der Pistoleus? Boah, das ist ein Wahnsinnsspiel! Wir können noch mal Munition aufladen. Passt. Das ist ein Wahnsinn. Höhen müssen Sie mich auch tun. Super, habe ich jetzt gerade gemacht. Für was habe ich die Virusprobe dahinten? Das wird interessant. So warte jetzt, wenn du da herkommst, dann haben wir es dann. Passt, ich komme zu dir. Glaube ich. Aber du kannst eine Zeit lassen. Ich verlasse das Museum. Uh, schau, das war schon wieder so ein Jumper. Aber da musst du ja, das ist ein Paradies. Was ist da? Alles was du brauchst. Uh, Kettensäge. Aber die ist gar nicht so cool, gell? Die ist nicht so gut, ne. Das ist wie das, was wir aufgespringet haben. Da war ein bisschen ein DASH. Nee, auch schon. Oh, schau. Oh, schau. Dann nehmen wir lieber das. Oh, das ist ein big, big boy. Johnny. Ah, Hilfe. Jetzt hat er mich. Ja, super. Boah, das ist ein wahnsinniges Spiel. Voll, aber ich glaube. Ist halt auch noch einen guten Weg. Wenn wir jetzt verlieren, aber dann... Scheiße, da. Ja, genau. Aber ich glaube, wir haben es... Ich glaube nicht, dass wir verlieren, oder? Ich glaube auch. Ich hör mich mal. Boah, der Timo ist erledigt. Leider, ja. Warte, da hinten ist auch immer was. Bin ich gespannt. Bleib mal schnell, und sie werden uns nicht hören. Alles gut. Ja, wenn da so viele Verbandkisten sind... ...dann heil ich mich einfach. Bleib mal stehen. Ich will noch was probieren. Ah, das fühlt sich gut. Usend den Stimm? Okay. Jetzt haben wir noch zu mir. Das war ein Hit, wenn wir das während dem Kampf... ...glaub ich. Zusammenbrachten, gell? Zusammenbrachten, ja. Ich glaube, ich muss halten. ...gedrückt halten, dann kann ich ziehen. Dann kann ich sogar verweiden und auf dich schießen. Da wäre es gescheiter gewesen, dass die... ...mit der... ...leisen Pistolen da. Oh ja, die haben schon zum Rennen angefangen. Jetzt habe ich nicht gewusst. Ah, ich bin infiziert. Desinfiziert? Was ich auch blöd finde, dass man stehen bleiben muss. Ich weiß nicht, das muss man ja in Bewegung machen können... ...und das Heulen und das alles, oder? Das wäre ein Hit, ja. Warte, das ist ein Schreier, den müssen wir gleich umbringen. Die dürfen wir nicht zu lang. Ich weiß nicht, der holt wieder auf die Partie, was ist das? Ich glaube, der war im früheren Leben auch auf. Ha, Aferl! Bei Days Gone ist das nur ein Single-Song-Song-Song-Song-Song-Song-Song-Song-Song-Song-Song-Song-Song-Song-Song-Song. Das ist nur ein Single-Song-Song-Song-Song, aber eine super Geschichte, muss ich sagen. Die fesseln. Und Open-World, schön. Ja, Open-World, wirklich schön. Ich schicke dir nichts von, wenn ich spiele mir einen kleinen Ausschnitt davon. Ich sehe da aus dem Motorrad und das kannst du aufrüsten. Das ist wirklich schön gemacht. Oh je, ich weiß nicht, was da steht. Hilfe! 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 Ich bin nicht stabil, also wir müssen hurrychtern. Es könnte etwas sein. Ich bin voll. Mir geht's voll gut. Mir geht's voll gut. Wenigstens einer. Nein. Komm, wir müssen dich raus holen. Bitte, du musst ihm helfen. Er ist weg. Der Ding ist voll erledigt. Die anderen zwei, gell? Mhm. Der hat ihn mit der Verbandsmakkel. Es ist Essen. Weeks worth of it. Shit! We can't leave it here! What's your name? Svitlana? Svitlana? Stay inside the chopper. Tim, gather weapons and defense. Get to the chopper! What was your mission here? A rescue. We lost a team near Red Square. Forget it. Jetzt macht es zu. Sie hätten... Ja. Sie haben eine Distress-Call eine Stunde. Super rescue Team. Alter, nein. Jetzt geht es wieder los, was Sie? Alter, wir müssen schnell schauen. Da drinnen ist Spielzeug. Schnell aufrüsten. Warte, was ist das? Unzlastgewehr schwer. Nein, ich habe eh eine schöne Waffe. Die gefällt mir. Und sonst haben wir nichts? Da ist ein Mörser-Kisten. Und wo stehe ich aus? Ah, hilf mir! Warte, hilf dir schon. Ich habe immer Dinger geschossen. Ich habe immer Dinger geschossen. Hörst du, geht mein eigener... Achso, das ist ein Zombie. Ich denke immer noch, warum geht die auf nie los, mein eigener? Ja. Ich habe immer die Explosions-Anbrust. Jetzt stirbe eigentlich, du Sau. Ach du, Alter. Der stirbt nicht. Das hättest du jetzt sehen sollen. Das muss dir dann auch schon, das Video. Ist ja nicht gestorben. Ah, da oben auch schon. Ich glaube, das war noch gar nicht der Schwarm, gell? Wir haben nichts aufgebaut, was das ist eigentlich? Das wird jetzt heftig werden. Da ist Munition, du. Ich komme doch gar nicht da rauf. Wie bist du da raufgekommen? Ah, leer hast du. Achso, okay. Ich schau auch gar nicht die Füße an, weil das schaffst du sowieso nicht. Oh ja. Das schaffst du mal. Das schaffst du mal. Den Screamer müssen wir töten. Ich triff mit der Schott finden nicht gut. Ich muss das tun. Warte mal, wir haben eh nicht mehr aus. Ja. Na schau. Wie nah bist du? Wir sind in der Luft. Hast du eine Sprengladung, du? Da ist eine Tür zu öffnen. Ich habe nichts. Ich habe auch einen Mörser verwendet, den du gesetzt hast. Der war Hammer. Mhm. Nein, da hinten kommen sie. Hinter uns. Scheiße, wieso hat das nicht funktioniert? Warte. Nein, du musst nur noch helfen bevor du stirbst. Geht's eh? Nein, das dauert so lange. Das ist mein Name. Ich habe die Dosen, oder? Alter. Ah, ja, ja. Ich schicke das mit der Pistole. Ja, wir sind gut. Ich weiß nicht, irgendwie kommt mir vor, dass wir... Besser sind, oder? Ah, warte, der Scheißer! Boah! Der hat's da auf mich... da ist er gewesen. Das ist ein Witz, ja. Der kommt einfach mal her. Das ist ein Laser! Warte, da kannst du's aufsprengen! Ich hab aber leider keine Tinkern, keine Ahnung. Ich schau mal da hinten! Nein, oder? Das ist nicht der Ernst! Was machen wir da jetzt, meine ich? Geht schon wieder, der Trottl! Das ist ja schon... Vom Zug schauen müssen wir jetzt super! Nein, vom Hubschrauber entfernen! Noch schlimmer! Die sterben alle schon! Das schaffen wir nicht! Ah, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ich kann nicht rauskommen! Du bist auch gestorben! Ich bin gestorben! Ja, das ist ein Scheiß! Ich bin gestorben! Ja, der Verbauskosten nervt mich, dass man den nicht in den Renner kommt! Ja, du schaust dir auch schlecht aus! Ja, ich bin hier! Ich bin tot! Es ist nichts vergangen! Ich hab nicht in den Rennern gekennen, weil sie mich alle gestorben haben! Ja, eh! Ich hab nichts machen können! Du bist auch gestorben! Ja, leider! Ja, so ein Scheiß! Ich hab nichts machen können! Nein, das ist ein richtiger Witz! Weil... Erstens einmal... Also, jetzt muss ich mal ein paar Minuspunkte aufzählen! Was mich voll nervt, dass man sich nicht... ...bewegen kann während dem Hören! Das ist ein richtiger Minuspunkt! Wie soll das denn gehen? Mit dem Oli ist live! Was süß ist das, ja? Ja, so? Ja! Was mich auch nervt... Ja, das nervt mich und... Alter, schau mal den Kopf weg an! Ja, Wahnsinn! Ja, eine Maschine! Was mich auch nervt! Jetzt war ich komplett gehört und ich bin nicht vom Flake gekommen, weil sie mich so geschlagen haben! Ja! Ich hab's nicht mehr geschafft! Ja, ich auch nicht! Ich hab nicht einmal mehr mit dem Schwert oder der Machete was machen können! Nein, unglaublich! Erst einmal mehr MPs ist geläbelt worden! Und wir müssen schauen, dass wir wegen der Sprengladung mehr schauen müssen! Hast du eh gesehen? Da waren zwei, drei Container, das hätten wir aufsprengen können! Na voll, voll! Weißt? Und wenn wir das geschafft hätten, dann wär's auch viel leichter gewesen! Ist eh klar! Ist richtig, ja! Aber gut! Jetzt lassen wir's einmal! Hörst du, die MP kostet bei mir trotzdem was, gell? Ich hab jetzt bis ins Level gestiegen und hab trotzdem... ... muss es trotzdem 750... ... geschüttelt sein! Nein, für das eine nicht, oder? Fürs nächste! Oh ja, für das auch wieder! Nein, das gibt's nicht! Oh ja! Das heißt, du hast Erfahrungspunkte gehabt und jetzt musst du zahlen auch dafür, oder was? Jetzt muss ich zahlen auch dafür, oder was? Und das S steht für Schöne, glaube ich! Nein, ist egal! Wir haben's einmal probiert! In der nächsten Folge schaffen wir's aber! Ja, da schaffen wir's! Ja, der will aber da! Ja! Ja! Ja, ich weiß nicht, vielleicht... ... spielen wir mal selber, da ein bisschen aufleben! Ja genau, da werden wir mal aufleben und dann... Und dann zeigen wir euch nächstes Mal, wie man das... ... wie man das schafft! Genau! Aber wenn wir natürlich stärker sind, natürlich geht's dafür einfach auch nicht! Ist richtig, ja! Das ist eh logisch, ne? Aber jetzt aber... Das ist sehr mühsam! Aber wie gesagt, der Hauptfehler war, dass wir da keine Sprengladung gehabt haben! Wir haben keine gescheite Verteidigung aufbauen können, weil wir nichts gehabt haben! Wir haben überhaupt nichts, ja? Wir haben nichts gehabt, weil das kann man nicht schaffen! Das ist unmöglich! Ja, nein, Wahnsinn! Ah ja, wir müssen mehr auf die anderen auch schauen! Ist eh klar! Ja, die waren schon lebt! Der eine hat auf einmal auf mich eingeschlagen! Und ich denke mir, was will der! Geht's ihm gut, oder Führer? Na gut, passt! Na gut! Ich hoffe, ich hat's gefallen! Genau! Ja, dann... Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschüss! Tschüss!